Morgen, ich bin der Dominik von Madison und heute erzähle ich euch ein bisschen was über DB Longboards. DB Longboards ist eine von Longboardern gegründete und geführte Firma mit dem Sitz in Washington State. Mit einzigartigen, frischen und funktionellen Designs hebt sich DB Longboards deutlich vom Markt ab. Die windigen Straßen der rauen und belgigen Landschaft der pazifischen Nordwestküste waren eine Inspiration für diese Boards. Die Erfahrung und Ideen der Fahrer haben Boards hervorgebracht, die für jede Disziplin im Longboarding geeignet sind. Jedes Deck wird per Hand verarbeitet, individuell laminiert und geht durch eine strenge Qualitätskontrolle. Alle DB Longboards findet ihr bei uns im B2B Shop. Schaut mal rein, bis nächste Woche, euer Dominik.